Damit herzlich willkommen zum Spooktober Special. Einen Monat lang wird es jetzt jedes Wochenende Spooktober Stuff geben. Das heißt Horror Games, Horror Games und noch mehr Horror Games. Zudem werde ich live auf Twitch streamen, jeden Samstag mit ein bisschen Special Runde. Ja, es werden ein paar Leute da sein. Also wer Lust hat, schaltet gerne ein. Link gibt es in der Videobeschreibung. Und heute beschäftigen wir uns mit Layers of Fear, der neuen Version von 2023. Ich weiß nicht viel über dieses Spiel, ich kenne das alte. Ich weiß nicht inwiefern das mit dem alten zusammenhängt, wir werden es herausfinden. Und ja, ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt rein starten in die Layers of Fear. Ich habe das alles. Meine Palette war sated. Nostrils stimulated. Standing venerated. Und ein Tag, du hast alles weggebracht, aber ich bin zurück. 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 Muss ich nur noch die Controller-Steuerung herausfinden? Es hat mich daran gedacht, dass euer Poem zu denken. Glückwunsch! Okay, was haben wir hier noch so? Irgendwas außer Sachen am Schreibtisch? Ich denke mal... Ich dachte irgendwie, wir müssen die Schreibmaschine betätigen, aber... Da steht da, no dates mit... The 20s? Okay. Never call him by... Real name. Interessant. Ich kann mich ehrlich gesagt an die Story vom letzten Game auch kaum noch erinnern. Ich kann mich nur noch so ungefähr an so Fetzen von Gameplay erinnern. Und vielleicht hätte ich das vorher auch noch mal spielen sollen, aber... Lieber, Glückwunsch! Wieder einmal auf unsere Komponente gewinnen. Lass uns das wiederholen. Deine Submission hat uns überrascht. Und wir sind glücklich, dass Sie in unserer Hermitage willkommen willkommen. Mach dich zu Hause. Das ganze Lichthaus ist auf deiner Beine. Okay. Ein Boot wird einmal eine Woche mit Herzen kommen. Und wenn du nichts brauchst, gibt es ein Telefon auf der Basis. Ich wünsche dir einen fruchtvollen und inspirierenden Tag für die Management. Warum auch immer er nur die erste Hälfte vorgelesen hat. Warum auch immer er nur die erste Hälfte vorgelesen hat. War gut. Ist abgeschlossen? Hier nicht. Oh, shit. Rumblepeak aktiviert, als ich die Tür aufgemacht habe. Ein bisschen zuspruch. Der Autor des gewinnenes Essay wird eine Möglichkeit bekommen, das Buch auf dem Thema in unserem Lichthaus zu schreiben. Besonders für dieses Ziel. Warum lesen sie immer nur die Hälfte vor? Writungscompetition. The agency invites all interessierte Writers, um ihre Essayungen über das Leben und Werk von One of the most mysterious and tragic figures in the history of modern art. Submissions will be open until The whole Lighthouse is at your disposal. My ass. Ganz ruhig, nur weil Türen abgeschlossen sind. Ich bin eine Adulter, Mama. Krippelt oder nicht, ich kann mich jetzt aufzuhören. Es ist Zeit für dich, auf dich zu fokussieren. Ich kann nicht erwarten, das Buch zu lesen. Ich liebe dich. Du bist... Okay. Was war das? Telefon? Hallo? Ich habe das Wort bekommen, dass du zum Lichthaus gekommen bist. Ja? Du findest alles, was du hier magst. Hallo? Das war schnell. Ja, ich bin hier. Ich bin sehr glücklich, dass du uns hörst. Jetzt, bist du da? Was? Du musst es verstehen, Frau... Es ist wichtig, dass du dein Arbeit so schnell wie möglich startest. Ich werde dir sagen, dass du einen Kontrakt. Es ist sehr spezifisch auf der Zeitlinie. Ich würde sagen, dass du davon abhängig bist. Auf Wiedersehen. Das war die Konversation, die ich zu zauber war. Ja! Okay, wo ist der Alkohol? Out of order? Ist nicht ein bisschen schlecht, wenn ein Lighthouse nicht funktioniert? Ups. Es liegt Glas rum. Unsere Szenen sagen, 428 Entritte haben zu der Agency. Die Entritte, die er gewonnen hat, war überraschend, zu sagen. Es war nicht ein Wissenschaftler, der es gewonnen hat. Es war nicht jemand, der es gewonnen hat. Es war jemand, der eine richtige Bildung hat, der ihm eine Verständnis von Leben geben würde. Es war ein Sensationalist. Ein Horror-Writer. Und... Außerdem sagt es auch noch, Many great talented Americans took part in the contest set up by the Blll Agency. The first edition of the event promised a great prize. A solitary stay in the Lighthouse to focus on writing would be a dream come true for many. Wir brauchen ja nur ein Lighthouse. Die Tür auf. Gibt es hier noch etwas in der anderen Richtung? Einen Keller. Wunderbar. Da wählen wir noch direkt runter. Und dann auch noch aufpassen, dass man sicher nicht den Knopf stößt. Wunderbar. Schau, ich bin bewusst des Ratten, okay? Aber nichts kann über das gemacht werden. Sie waren auf diesem Eiland so lange, wie jemand sich erinnern kann. Es ist in unserem besten Interesse, um sie zu sein. So groß ist das Haus nicht. Wir werden uns schon nicht verlaufen. Lichtprobleme gibt es trotzdem. Dieser Sue. Ja, Ratten haben wir anscheinend auch in unserem Zimmer. Dann sollten wir mal anfangen zu schreiben. Ich weiß noch nicht was, aber wir schreiben einfach mal. What the fuck war das? Einfach weiter schreiben. Kann nicht dran stören. Waren bestimmt nur die Ratten. Mhm. Klingt so, als würde es von oben kommen. Aber soweit ich weiß, gibt es kein... Hallo. Oh, wir machen mich lieber wieder zurück. Wir wollen ja niemanden stören. Ich kann ja einfach wieder schreiben. Ja gut, ich glaube, wir haben keine Wahl. Wie sind wir wohl da hoch? Können wir noch irgendwie was zu essen mitnehmen oder so? Was zu trinken? Hier ein bisschen Alkohol. Für so eine Expedition bist du auch zu nüchtern. Hallo? Siehste, waren nur die Ratten. Ich dachte ja, nichts worüber man sich Sorgen machen müsste. Hm. Hm. Ist sehr zugig hier in ihrem Haus. Hm. Mh. Wen willst du anrufen? Hallo? Hallo? Hallo, Darlene. Ich kenne dich, um zu wissen, dass ich hier bin. Kannst du glauben, dass die Agenzie schon geholfen hat, um zu sehen, ob ich arbeiten war? Das ist verrückt. Das ist verrückt. Hast du zumindest Zeit, um ein bisschen zu setzen? Wie ist das Lichthaus? Inspirant? Spooky? Halt? 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 Wir würden Sie fragen, Sie zu verhindern, unsere Pestkontrollspecialisten zu verhindern, und Sie zu retten, dass wir uns noch mehr von Ihren sehr unabhängigen Letten senden. Sie brachten Sie keinen Zeichen nicht anerwenden Infestation, und, als Musik nicht mehr von Ihrer Halt? Sie erzlichen Leiden, Herr Kampfer, von Ihnen behebt, wobei Sie nicht mehr von Ihnen shine Mit mir, Karl. Halt? Also steht da noch in Klammern da I have you know that my mother is a respectable woman and does not take kindly to such accusations. Du scheiße. Alkohol? Nein? Direkt aus der Flasche trinken? Scheint aber eh leer zu sein. Ah, ein bisschen ist noch was drin. Ein Foto. Schmeißt der denn die Sachen da alle? Ich bin angepisst. Ich habe wirklich erwartet. Der Regen ist sehr inkonsistent. Mal bitte lauter, mal leiser. Ja, es ist auf jeden Fall das alte Haus. Äh, da liegen 20 Milliarden Zettel überall rum. Ich dachte, du wärst auf alle Nacht. Also habe ich dir einen kleinen Traut gemacht. Du weißt, ich wüsste, dass sogar Rembrandt manchmal Zeit ausgelöst hat, von brillant zu sein. Und schnurte seine Hände aus, wie die resten uns common folk. Ich weiß. In anderen Worten. Du weißt, du weißt, was du weißt. Du weißt, was du weißt? Ich liebe dich. Naja, weg damit. Scheiß. Paint. Roast door. Burnt under. Sienna. Brushes. x 25. Air freshener. x 50 packs. Apples. 10 kg. Spooze. 30. Auch keiner. Weg damit. Speisekammer. Aber noch sieht hier alles ganz schick aus. Was haben wir hier noch so? Leer. Auch. Opeel. Ohne Halsband. Wir hatten anscheinend mal einen Hund oder so, der aber auch einen Mallkorb brauchte. Ja. Du hast recht. Ich überreaktete. Es ist nur, dass... Das ist nicht um mich. Es ist um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten Interesse in mir. Ich glaube, dass ich immer glaube, dass in einem im Perfekt ist, es ist wert, dass es für die Perfektion ist. Oh, jetzt beginne ich zu sein, wie mein Vater. Ich werde mit meiner Temperatur arbeiten. Ich versuche. Wir sprechen später. Ich liebe dich. Kein Bock, das vorzulesen. Wettenspülung. Ganz wichtig. Warum ziehe ich überall das Wasser an? Mach es mal aus. Wettenspülung. 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 Ich habe noch nie Prothesis. Okay. Alles Scheiße in diesem Haus hier. Nichts funktioniert. Eine Uhr. Eine Mausefalle. Und Mäusen, die angeblich nicht existieren. Red Poison. Die kleine Winnie und Partner haben ein rotes Problem. Anrufe uns jetzt und vergiss es. Test effizient und diskret. Wettenspülung. Das nirgendspülung. Alles Scheiße. Ich habe das nicht drüber hingegen. Vielleicht solltest du mehr Achtung an, wo du die Schläge verlassen hast. Ich bringe sie zurück zu deinem Office. Dann sprich mit mir, wenn du fertig bist, bevor du schlappst. Eieiei, so alte Häuser. Das macht mir schon echt Sorgen. Alles knarzt. Es könnte alles gehauntet sein. Es könnte auch einfach das Haus sein. Man weiß es halt nicht. Wieso alles Geräusche? Eine Pistole? Hm. Wer ist der Schlüssel? Little Wretch Riding Hood und der Wolf. Ui. So habe ich das aber nicht in Erinnerung. Nee, so habe ich das auf gar keinen Fall in Erinnerung. Das ist die absolut deutsche Version des Märchens. Aller Sachen. Eine einfache Frage. Sie haben völlig verloren. 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 Sie haben eine große Herausforderung. 密 bioregivoltes Bistole. Geschichte. Es gibt keinen Weg in Hölle, dass ich das benutze. Und ich habe bereits regrettet, um ein Payment in advance zu reagieren. Bitte, mit deinem Scheiß zusammen. Wo wir schon mal hier oben sind, können wir mal eben die anderen Räume angucken. Ich habe alle Nacht gearbeitet. Das ist wahrscheinlich ein Zettel von uns. Hallo? Warum muss sie über ein Glas rumliegen? Eine Violine? Noch ein Zettel. Vielleicht nicht ein Hausnamen sein, aber nur gib ihr Zeit. The incredibly talented, multi-instrumentalist gave an astounding performance last night, winning over even the most ardent naysayers. Quote, She was simply astounding. I haven't seen such passion, energy, and skill in years. Stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems even Anthony Giles, one of his harshest critics, has finally seen the light. Giles had previously made disparaging comments about the artist, stating, quote, There's more to performing music than enthusiasm in a pretty face. Win asked if after witnessing last night's performance, he regretts these words. Mr. Giles gave us a look that can only be described as a mixture of awe and embarrassment. Pressed for an answer, he simply said, yes. We caught up with the star. Ich glaube, es wird Giles ausgesprochen, aber what do I know. The long-awaited opening of the Galactic Department store turned into hell on Earth when the building's wiring burst into flames. While the majority of the visitors managed to reach the emergency exits in time, several unfortunate attendees were trapped in the back of the building, having no chance to escape the raging inferno. The exact number of casualties has not yet been determined. Although it is estimated that at least a dozen people have been severely injured. The owner of the Galactic, Ronald Sheffield, has so far declined the comment on today's tragic events. Sehr, sehr viel Backstory auf jeden Fall. Perfumed. Kaputer Spiegel. Also ich gehe mal davon aus, seine Frau hat ihn schon verlassen oder so. Sieht halt auch immer alles so alt aus. Aber gut, das saß im Leuchtturm gerade auch, obwohl sie gerade erst angekommen ist. Na gut, hier ist ja auch ein bisschen mein Fuck-Zeug, ne? Drawer Bandage, ja gut. Will ich später noch gebrauchen. Oh, mein alter Gehstock. Den brauche ich. Sorry. Ich konnte nicht schlafen. Die Legge sind wieder aktiv. Ich habe gedacht, ich könnte auch ein bisschen Arbeit machen. Ich liebe dich. Hier ist auch abgeschlossen. Drüben ist noch ein Raum, der interessant zwei Räume. Hier ist abge... Dinosaurier. Hallo. Ja, Creepy Puppen. Check. Creepy Painting. Na gut, das ist ein Hund drauf. Check. Was haben wir hier noch so? Dinosaurier. Dinosaurier. Creepy Erinnerung an ein verlorenes Kind. Check. Den Kindermalerei. Erfüllt auch alles die klassischen... All die klassischen Klischees. Jetzt sagt das zehnmal ganz schnell nacheinander. Gut. Dann würde ich sagen... auf... ins Atelier. Was ist er denn hier für einer, ey? Drei Uhr morgens, ey. Es reicht. Du hast dreimal geschellt. Wir haben nur drei Uhr. Da schellt man nur dreimal. So, Schlüssel. Höhe öffnen. Alles leer. Nein, das ist private. Was ist es, though? Warum liegt es dann hier? Ist alles abgeschlossen. Gut. Dann... Get working on your Magnum Ops. Oh, ich bin so oder so? Lost. You deserve it. Finish it. Get it right this time. Okay. Two souls, so passionate, so talented, and yet they wanted to build something so ordinary. A home, a wife, a family, peaceful life, betrayal of everything that made them both artists, and yet they clung to it. Save the date, request the pleasure of your company to celebrate their wedding on Saturday, the 9th of June, at St. Luke's Chapel, at 2 o'clock in the afternoon. We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. After discussing dates with my colleague, we find this date the best time to open the exhibition. We need time to set everything up. Getting a piano to our gallery will be no small feat. Respectfully, Thomas Caldwell. Blah, gallery. Was steckt da auch rein? Okay. Just go... Just out of reach. The Hone. Oscar Wilde. Picture of Dorian Gray. Ja. Ein sehr gutes Buch. Hat das jetzt auch eng gestickt? Warum schickt der alles ein? Okay. Ein Bild von einer Burg oder sowas. Ein Burgturm. Der erste Schritt ist der hardest. Ich kann nicht erinnern, die letzte, als ich diese gebrannte. Die letzte, als ich frei verbreitet konnte. Wir benötigen einen Schlüssel. Auf nach Nanya! Durch den Schrank. Das ist der gleiche Raum. Aber anders. Das ist überhaupt geschlossen. Hm. Oh, Entschlüssel. Bart Morello, Saib, Sum, Depin, Gens, Pro, Philorum, Hotis, Apreci, Bus, Explendis. Keine Ahnung. So gut kann ich Latein nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ob hier jetzt immer noch das gleiche dasteht. Jetzt ein kleiner bisschen nach links. Ja, genau so. Halt diese Pose. Ich will alle diese lieben Kurven einfach direkt. Nicht so rund. Nicht so rund. Alter, die sieht aus, als würde es an Magersucht leiden auf dem Bild. Ich meine, das eine Beine ist ein bisschen dick im Vergleich zum Rest des Körpers, aber ansonsten ist alles andere als round. Aber okay. Der Schrank ist weg. Also die Schranktür. Okay. Ein Haus. Das ist wahrscheinlich unser Haus hier. Wenn wir alle Fetzen gefunden haben. Ach du Scheiße. Irsch, was hast du getan? Das ist eine Riesensauerei. Diese automatischen Türen immer. Ich meine natürlich immer dieser Wind. Ja. Guten Tag, Sa. Auch hier. Buried hopes never die. Ja, weiß ich nicht. Sind sie nicht schon tot? Würde man sie ja ansonsten denn begraben? Wenn noch Leben in ihnen steckt. Alles normal. Genau so, wie ich es in Erinnerung habe. ein unendlicher Vorrat an Wein oder Farbe eins von beiden. Das wäre so praktisch. Nimm's mit. Das ist ja nicht. Das ist nicht so, was ich jetzt geschrieben habe. Sie haben eine professionelle Hilfe, Pronto. Sie könnten wahrscheinlich mit jemandem sprechen. Mit allem, was das passiert ist, ich bin sicher, dass es dir etwas gut macht. Ich muss wahrscheinlich nicht sagen, dass der Verkaufler die Nachrichten nicht so sehr entschuldigt. Die neuen Spiele sind einfach nicht so gut als die Klassiker. Insofern werde ich weiter schauen. Du gehst einfach in da und fokussierst auf deine Arbeit. Ich weiß, dass du es noch in dir hast. Ich glaube in dir. Your friend and agent Thomas Caldwell. I don't. I'm gone. Can't fight her, she will break you. Okay. Aber nichts zum Kämpfen. Eine Katze. Stab sie dir, Katze. Los. Look closer. Vier. Okay. Wir haben noch ein Stückchen von unserem Haus. So weit, so gut. Neun. Sechs. Oh Gott. Du bist Angst. Es ist nur ein Buch, Berti. Das war nicht nur ein Buch. Like Moths to Flames. Einige Güte, diese Ratten. Neun, vier. Sechs. Neun, vier. Sechs. Neun, vier. Nur drei Ziffern? Gibt ja nicht noch eine? Sind es nicht meistens vier? Ne. Äh. Einfach in der Reihenfolge? Einfach in der Reihenfolge? Sechs, neun, vier. Scheint. Ein Schlüssel. Little closer. Sieht nix. Ich weiß aber gar nicht, wofür ich jetzt einen Schlüssel brauche. War noch gar nix abgeschlossen. Wohl doch, die Tür da drüben. Das ist gut. Das ist gut. Du kannst sie nicht kämpfen. Ich kann es enden. Ich kann es. Ich will. Ich muss es. Für alle unsere Sachen. Für unsere Familie. Für unsere Familie? Oder nur für dich? Was ist derjenige? Für die Gave? Für die Gave! Cheers! Hmmm. Which colour should I choose? Red. Oh, Raze Red. Huch, die Tür ist weg. Es brennt. Ha, diese Bilder sind so lebendig. Ja, dass das eine Bild hängen wir wieder auf. Alles andere ist scheißegal, aber Hauptsache das Bild hängt. Was passiert hier? Okay, nimm's mit. Mach die Tür lieber zu. Ich mag offene Türen hinter mir nicht. Ihr habt ein paar... Können wir hier? Hallo? Guck mal die Tür auf. Ja, ich kann sie hören. Mit Drogen haben wir sie auch noch. Oh, na super. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. The past holds big. I think we should drop the Dakota here people won't be able to concentrate on anything but your music it's about our family after all about both of us I'm sure thomas agree with me you will break you Yeah, no. No, Tür zu. Wollte ich schon gar nicht mehr selber machen. Die Türen wissen, was ich will. Wer schmiert denn hier überall an den Wänden lang? Okay. Da ist eine Tür. Da ist keine Tür. Die Tür auf. Da ist auch noch ein Rahmen. Taker. Tausend Steps. So weit bin ich schon rumgekommen. Jetzt ist die Tür da. Aber da ist auch noch ein Rahmen. Und ein Schlüssel. Taker, die Bilder sind sehr lebendig. Fast wie die Decke in Hogwarts. Nur aus Bildern besteht. Eine Melodie. Und noch ein Scrap. Hier fehlt eins. So ein Shit. How can two people, who once loved each other so fully, so profoundly, drift so far apart. My husband barely speaks to me anymore. It's called time. In and out of his study, obsessively working on one failed painting after another. He won't even sleep with me anymore. I can tell he's disgusted by me. The look he gave me the other day. That pathetic, hurtful look. The combination of shame, guilt, and repulsion. I've come to realize that I've become a monster in my husband's eyes. It feels like nothing a woman should ever experience. Still, being the good wife that I am, I decided to realize my husband's fantasy. If he thinks me a monster, I will sure as hell act the part. What? 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 For me too, gentlemen, far away from your friend or madam. We must kindly, I'll be asked strongly, urge you to keep your voices down during the night. Your marital problems, while regrettable, are a private matter and should remain that way. They are certainly of no concern to us, and especially our children. Please, consider that not everyone is a freelance artist. Manche von uns müssen früh aufstehen und arbeiten für ein Leben. Wir brauchen unseren Schlaf. Wir müssen euch auch warnen, dass wenn die Dinge so wie sie sind, werden wir die Polizei geholfen werden. Sincerely, your very tired neighbor. Okay, wir waren also ein bisschen laut. Irgendetwas sagt mir, dass ich in diese Tür nicht reingehen soll. Mein Haus ist mein Kastel. Locked inside. Ich bin sicher. Alter, die Tür werden voll aggressiv. Irgendetwas fehlt hier. Going in circles. Ja, so kommt es mir auch vor. Aber jetzt fehlt hier noch mehr. Going in circles. What fuels my passion? Inspiration? Inspiration? Motivation? Eine Muse? Ich habe die Flasche gefunden. Going in circles, going in circles, oder das? Das, das, oder das? Ich glaube eher die. Was falsch? War das die Frage nach Alkohol und Farbe? Und ich habe Alkohol gewählt. Hallo? Hallo? Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ich liebe dich. Ja, das hatten wir schon. Es ist auf einmal so dunkel. Fisch. Willst du nicht ein bisschen was essen? Du hast doch bestimmt Hunger. Kein Mitternachtssnack. Ja. Tja. Es ist schlecht. Licht. Licht funktioniert nicht. Tür ist abgeschlossen. Oh. Oh. Hallo Hirsch. Machst du wieder eine... Oh, Fisch. Jetzt können wir erst recht was essen. Ab durch den Kamin. Das letzte Puzzle-Piece. Es ist komplett. Was wir heute gesehen haben, obwohl es völlig wertvoll ist, in Artistic-Terms ist, könnte es ein Invaluable-Case-Studie für Psychologen. Diese Hörschungen kamen von keinem anderen als Jason Hughes. Der famed Kritik war einer der ersten zu appreieren die worksen von... ... und von whose praise once contributed zu seiner ersten Spektakulär-Success. Wynn fragt, ob diese brutal kritische Kritik war, insbesondere in light der recenten Tragik-Eventen. Hughes antwortete, Quote, als Kritiker. Es ist unsere Aufgabe, die Kunstkritik zu kritisieren, aber nicht, um den Künstler zu kritisieren. Der Mann hat seit letztem viel durchgeführt, und es hat sicherlich seine Rolle auf ihn genommen. Zudem, wenn wir silent bleiben und sagen, dass das sogar remotig akzeptabel ist, würden wir den Künstler einen Disservice machen. Andere Kritiker waren nur etwas mehr lenient, als die... Ja, Kritiker sind immer... Huckertischen manchmal. Ganz ehrlich, Kunst ist halt etwas, was... jeder für sich selbst bestimmen muss. Wo jeder seine eigenen Sachen rein interpretieren muss. Und das stimmt dann auch nicht unbedingt die Vision des Artists. Deswegen sind Kunstkritiker eigentlich für den Arsch. Ja, Allgemeinheit sollte über den Wert eines Gemäldes bestimmen. Beziehungsweise eigentlich jeder für sich selbst. Nicht irgendwer anders. In an unexpected experimental streak in his usually conservative endeavors, Thomas Caldwell hosted an extraordinary exhibition opening in his gallery. Quote, This is a great day for me and my wife. Said, in the opening speech. Quote, For us, this is not only an exhibition, this is how we want to live our life. This music accompanies my paintings just as she will accompany me in the future. It is rumored that after the exhibition some kind of arrangement was set between Caldwell and... Okay. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So? So? Willst du mich marryieren? Willst du mich marryier? He he. Das wäre meine Marrilege-Proposer. Das wäre mal eine Marrilege-Proposer. Ein Tattoo stechen lassen. Okay. Wir sind wieder beim Kotzen an Hirsch. Ah! Der Keller, natürlich. Haben wir hier auch Licht oder so? Ja, geht doch. Ich habe eine Verantwortung. Weitere es! Da stand grad noch was anderes. Irgendwas mit ihr wieder. Ich konnte nur Ski lesen. Stay away. She is close. Watch out. Wie liegt denn überhaupt hier hin? Ach nö. Lauf, 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 lauf. Glaub einfach weiter. Bitte nicht. Mach die scheiß Tür auf. Send help, please. Nein. Nope. Und wer soll das alles wieder aufräumen? Okay. Okay. Jetzt schnell raus hier. Figurte, du wärst alle Nacht, also ich habe dir ein bisschen Spaß gemacht. Du weißt, ich wüsste, dass Rembrandt manchmal Zeit ausgelöst hat, von brillant zu sein, und schnurte seine Hände aus, wie die restlichen Gemeinschaften. Ich weiß. In anderen Worten. Geh ein bisschen schlafen, du großartig. Ich liebe dich. Ja, das war wohl einmal. Schnell raus hier. Oh, eine Farbpalette. Die lässt er jetzt wieder liegen. Gehen wir jetzt wieder in der realen Welt? Sieht so aus, ne? Ja, das kennen wir doch schon alles. Dann auf ins Atelier. Ja, ja, ja. Das sind alle Sachen, die wir gefunden haben. Anscheinend. Was ist das hier? Was ist das hier? Doch, das kennen wir auch. Ja, gut. Dann malen wir doch mal. Irgendwie kommt mir das gerade so ein bisschen so vor, als wäre es genau wie das alte Spiel. Ist doch nur ein Remake? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber macht ja nichts. Wir spielen jetzt diese Variante. Flamingos! Gutige Flamingos. Die erste Tür ist offen. Zuerst, ich schaute... Oh, ja, ja. Was ist da? Zuerst, ich schaute auf eine Kanvas. Für eine Kanvas. Nicht nur auf jeder Kanvas. Ich musste einen Knopf finden. Nicht nur auf diese Reden. Ja, okay. Das ist das, was er gerade gesagt hat. Zuerst, ich schaute auf eine Kan... Okay, ja, ja. Hautstück. Das war das erste Stück. Erst, ketch's on. Moths. Drehend zu dem Feuer zwischen ihnen. Nichtsdestotrotz, ob es die Flame des Erden war, Dschufe oder Scheine. Aber ich kann mich ehrlich nicht gesagt ganz daran erinnern, diese Anfangsszene mit dem Lighthouse, gab es die in dem alten Spiel auch? Ich habe hierbei resigniert vom Service als Maid und Haus. Das erste PIECE zur nächsten Puzzle. Und zwar in großen Mengen. Ich wusste, der ganze Scheiß fliegt mir irgendwann um die Ohren. Was passiert hier gerade? Die Teile werden wohl als Red Scraps bezeichnet. Zumindest gerade beim ersten habe ich den Erfolg dafür bekommen. Keine Ahnung, was ich da jetzt eingesammelt habe. Aber es wird unten rechts angezeigt. Das Pfeile? Sieht so irgendwie aus wie links rum, rechts rum, links rum oder so? Ich kann es nicht ganz erkennen, ist ein bisschen klein. Das alles, was ich gefragt habe war, war eine Zwiebelung. Paprika! Es ist plötzlich alles, was ich finde, relaxend ist ein Feuerhazard. Das ist mein Haus. Du kannst mich nicht drücken. Du bist so gefährlich von Feuer. Wie kannst du die Begriffe von Erinnerung ausbauen? Ein gutes Argument? Hm. Light switch emergency stop. Jetzt ist das Licht rot. Links. Rechts. Links. Gut. Also entweder ich habe keine Ahnung, wie so ein Aufzug funktioniert. Oder man muss irgendwas anderes beachten. Vielleicht sind wir jetzt auch schon woanders. Wer weiß das schon. Ich bin auch genauso aus wie vorher. Vielleicht haben wir auch irgendwas vergessen. Ach. Aha. Der ist safe. 90, 30, 90. Äh. Äh. 30. 90. 30. 90. Na geht doch. Ein Schlüssel! Ist das für den Aufzug oder für die Tür hier links? Die Tür ist er schon mal nicht. Ist er vielleicht für diese Tür? In der Tat. The fuck? In der Tat. Die Symptome sind nicht exclusiv zu Schizophrenia und sollten nicht beantreifend als konklusive evidence für diese affliction. In order to obtain a proper Diagnose, sollte man eine Qualified Specialist beantreifen. E.g. Psychologists oder Psychiatrists. Blank expression stares off into space. Involuntary facial movement. Insomnia. Ungewöhnliche Gestures oder Postures. Sie haben immer das. Unabelt, zu erleben, von Aktivitäten zu erleben. Definitiv. Depersonalisierung. Was bedeutet das denn? Awkward, clumsy Bewegung. Vielleicht aus dem Erschirm. Warum ist von nur klein geschrieben. Aber okay. Das Problem bei psychischen Krankheiten ist, viele Symptome überlappen sich auch. Deswegen kriegt man auch drei verschiedene Ergebnisse bei drei verschiedenen Psychologen. Wenn wir jetzt runterfahren oder hoch, wo wohin auch immer, anscheinend nach oben. Das lassen wir einfach mal offen, dann kann der Aufzug nicht nach unten fahren. Das lassen wir einfach mal offen, dann kann der Aufzug nicht nach unten fahren. hoffentlich. Okay. Okay. Here are the calculations you ask for. Das kann auch Feuer entfachen. Das kann auch Feuer entfachen. Das sei nur mal so gesagt. Ein weiteres Puzzle-Piece. Spiegel. 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 It cannot be undone. Let's talk about the symbolic aspects of your work. I'd rather not. Why is that? Symbolism is a word that gets thrown around a lot. Usually when people don't really know what to make of you. The worst question you could possibly ask me is, what did you mean by that? If it was that simple, I wouldn't have painted it. I would have just told you. Of course, we can talk in general about themes that have always inspired me. Duality, conflict. I think that all art revolves around some sort of struggle. Whether or not we're able to see it, of course, is an entirely different matter. That's exactly the reason why a picture says more than 1000 words. You can't always write words about what a picture says. Okay. And then. The mirror. The color. The life of painting. The soul. The soul. It needs it. We need it to be perfect, striking, vibrant. Life. 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 Fire! Me hotspot! Fire! 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 It's fire. Life! Fire! 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 bis ich diesen einen Teil schreibe. Oh, mach mir nicht bang. Hier sind die Kalkulationen. Hallo? Lange Gegner machen mich nervös. Hm. Folge den Fußspuren. Weiß nicht, ob's gut ist. Na ja, gut. Jetzt gibt's hier nur noch eine Richtung. In den Raum der Bilder. Ein weiteres Puzzle-Piece. Mach die Tür zu. Da war ein Schlüssel. Und ich bin woanders. Ja gut, ich bin da, wo ich vorher war. Wo ich diesen langen Gang gegangen bin. Ist der Schlüssel hierfür? Ja. Ah, das sieht doch schöner aus. Mach die Tür schnell wieder zu. Diesen anderen Gang wollen wir hinter uns lassen. Da war immer noch Scheißwetter. Ach, hier sieht's schon wieder so ungemütlich aus. Was haben wir hier so? Leis, meis, spauld, blöde Spaulds hair. Not mine. Where are the scissors? Eieieieiei. Da geht's jemandem nicht so gut. Also jetzt schon wieder... Du hast wieder gleicher Raum. Kann ich hier auch durch? Ne, hier ist abgeschlossen. Ich weiß nicht, aber in diesem Haus sieht sowieso irgendwie sehr viel gleich aus. Oh, man. So many choices. Ich sehe gut. Marfine prescription. Tangent name... Blah... Date... William H. Green, MD. Oder sie sind gar nicht da. Der Raum macht mir komische Geräusche. Send Help, please. Pass hier nicht rein, so ein Scheiß. Das wäre ansonsten mein Safe Space gewesen. Alter. Ich habe immer lieb, das Blut zu schildern. Ist das die richtige Tür für dich? Ist das die richtige Tür? Ob es die richtige ist, weiß ich nicht. Da ist Feuer. Feuer ist nicht so gut. Für die Schilder. Massive pulsierende Farbe. Poison-Debate. Feuer. Final-Solution. Genau, verbrennen einfach das ganze Haus mit allen Ratten. Es muss doch ultra heiß sein, das hier anzufassen. Aber gut, wir kommen da. Geh nicht durch. Gehen wir halt wieder nach oben. Hier brennt auch alles. Aber eine Kerze. Wir brauchen noch eine Kerze. Ich glaube, die ist da vorne. Okay. Ich bin irgendwie erwartet, dass der Boden einbricht. Yay. Eine Lampe. Aber hier sind wir. Ich werde mich selbst beschützen. Mit Licht. Funktioniert ja nicht so gut. Fokus und Banish. Hier. Wunderschön, ich kriege gerade ganz viele Achievements. Bin ich irgendwo her. Okay, danke für den Schlüssel. Hello. Banish. Okay, ich kann nicht alles banishen. Okay. 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 Ich könnte dir ein paar Beispiele geben. Ich denke, es ist mehr verständlich und ein bisschen schöner für die Zukunftservanten. Ich bin fertig. Ich werde es selbst machen. Das Haus ausbrechen kann nicht so hart sein. Ich werde nicht erklären, warum ich lief, aber hier ist die Erklärung. Ich versuche, wenn ich mich noch einmal unterdrücke... Ich dachte, es wäre schwieriger. Es sollte schwieriger sein. Die Klinik sollten nicht so schnell brechen. Finish! Nee! Nee! Wir brauchen Wasser! Finish! Okay. Das hilft nicht wirklich. Please don't help. Finish! Finish! Ja, dann... War es das wohl, ne? Finish! Kann nichts banishen. Okay. Tür ist wieder offen. Glaube ich das Haus aber nicht in Erinnerung. Der ist manchmal fünf Minuten weg. Direkt sieht das Haus aus wie eine absolute Mess. Also ich meine, gut, es ist eine Sache, das Haus nicht hundertprozentig in Ordnung zu erhalten. Aber das? Das ist schon ein bisschen schwer hinzukriegen. Das ist die einzige Sache, das sie schreien kann. Ich glaube, die hat einen Sprung. Ich glaube, die hat einen Sprung. Ich glaube, die hat einen Sprung. It cannot be undone. Ja, das haben wir gerade schon gelesen. Das ist immer schlimm, wenn man einem Künstler sein kreatives Outlight wegnimmt. Okay. Hey, wir sind wieder zurück zu Hause. Dann painten wir mal weiter. Wunderschön. Sieht aus. Bisschen wie das Red Riding Hood Massaker Wolf Ding. Aber irgendwie fusioniert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es darstellt. Hey, even now lost alone. You deserve it. A grave for you. Finish it. Knochen und die Säge ist da. Eiei, naja gut. Machen wir hier erstmal Pause. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht Es wirkt alles bisher sehr wie die alte Version Jedenfalls, soviel ich mich daran erinnere Obwohl ich angeblich gelesen habe, es soll kein Remake sein Werden wir mal schauen, wie es weitergeht Wie gesagt, ich kann mich auch nicht so ganz ans alte erinnern Deswegen keine Ahnung, wie viel Resemblance da genau ist Ich kann mich aber so ein bisschen an die Stelle da mit den Äpfeln erinnern War, glaube ich, genauso im alten Spiel Ich weiß nicht, ob der Rest genauso ist Wie gesagt, dafür ist es zu lange her, dass ich das gespielt habe Aber ja, damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten Ich wünsche euch allen noch einen grausigen Abend Und eine spooky Night Und dann bis zum nächsten Mal bei Layers of Fear Auf einen schönen Spooktober Bye, bye Bis zum nächsten Mal bei Layers of Fear